Eine Rumpfrunde und zwei vorgezogene Spiele der zweiten Runde, das war der Auftakt in der dritten Liga. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei uns hier auf krone.tv, die dritte Liga, die Regionalliga Ost, wie immer am Donnerstag und wie immer bei mir, meinem Partner, kann ich schon sagen zu dir jetzt, Norbert Schweizer, hallo, schön, dass du da bist im Studio. Meine Frau hat mich gefragt, ob wir zwei jetzt schon fix zusammen sind. Das ist sehr eifersüchtig. Das war auch das, was ich vorgehabt habe. Ich nehme es an. Ich glaube nur deshalb, weil ich dich mehr sehe wie sie. Ja, es geht um Zeit, keine Frage. Ja, also das hat man jetzt wieder gesehen am Freitag bei uns im Live-Spiel. Wir haben schon sehr gut verstanden, schon besser als mit meiner Frau schon fast. Du bist wie immer unser Experte und heute haben wir, es passiert fast täglich irgendetwas Neues in der dritten Liga, jetzt aber nicht nur in der dritten Liga, sondern auch rundherum um den Fußball. Wir bleiben aber in der dritten Liga und fangen gleich einmal an mit der Analyse der ersten Runde. Vier Spiele hat es gegeben, von sechs möglichen. Einmal ein guter Schnitt, kann man sagen, zum Beginn. Nur zwei Spiele abgesagt. Ja, für alle Pessimisten kann man sagen, ein sehr guter Schnitt. Und wir haben uns dann ausgesucht, oder Leobendorf hat uns dann ermöglicht, quasi dieses Live-Spiel Leobendorf gegen Neuesiedl. Gehen wir ganz kurz noch auf dieses Spiel ein. Wie hast du es empfunden als erstes Spiel, als Auftaktspiel? Ja, war, glaube ich, eher ein sehr gutes Spiel. Die Leobendorfer waren überlegen, haben wir verdient gewonnen. Ein paar Schmankern haben vielleicht gefehlt, aber der Rhythmus noch nicht so da, Nervosität war hoch. Aber ich glaube, der Bessere hat sich durchgesetzt und das Ergebnis geht in Ordnung. Nervös waren Sie aber, glaube ich, nicht, weil wir dort waren, oder? Nein, glaube ich nicht. Das Auftakt war halbes Jahr, über halbes Jahr kein Fußball, also eine Ausnahmesituation war noch nie. Und ich glaube, das Fieber war hoch schon für das erste Spiel und da war ja die Nervosität da. Lange trainiert, erster Bewerb. Aber nicht das Corona-Fieber war hoch, nein, das Spielfieber war hoch. Man muss aber auch sagen, Leobendorfer wirklich spielbestimmend. Neuesiedl hat er überhaupt in der Offensive kaum Mitteln gefunden, irgendwie auch die Leobendorfer zu gefährden. Was ich ansprechen wollte, ist dieses Quartett vorne bei den Leobendorfern. Milosevic, Branić, Dilic, Miesenböck. Kennt man aus Hornerzeit, jetzt wieder vereint alle in Leobendorf. Glaubst du, dass das so irgendwie das Prunkstück der Mannschaft sein kann? Ja, ich möchte auch noch den Zöchter zunehmen, der für mich ein besonders guter Stürmer ist, der da halt beim ersten Spiel... Aber der hat halt eben nicht den Horn gespielt früher. Ja, da hat sich der Trainer vielleicht auf diese Chemie verlassen oder auf Zeiten, wo sie reingespielt waren oder Spiele miteinander bestritten haben. Aber ich würde ihn trotzdem nicht außer Acht lassen. Er ist halt dann erst später reingekommen. Haben sie noch einen im Betto gehabt, aber der gehört auch noch dazu. Von der Qualität her ist er da gleich den anderen Vieren. Glaubst du, die können das irgendwie so ausmachen einmal in einer Saison, diese vier, diese geballte Offensive? Und glaubst du, dass die irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, wenn sie so spielen, wie auch gegen Neusielitz? Nein. Abstieg, wir wissen ja nicht einmal, ob wer absteckt. Ein oder kein. Ja, also mit dem hinteren Tabellendrittel. Ich glaube nicht, also so wie wir es gesehen haben und wenn sie so aggressiv attackieren, wie sie es phasenweise gemacht haben, und das sind auch die vier vorne, die ersten, die gegen einen Ball gehen und sie erobern früh die Bälle, glaube ich, werden sie eine gute Saison haben. Schauen wir, ob sie sich das immer trauen, ob sich das immer ausgeht, ob, wenn wir dann gegen Stripfing oder Mauerwerk, wo ich gesehen habe, auch am nächsten Tag, die von hinten raus sehr ballsicher rausspielen, ob sie da auch diese Bälle gewinnen und so früh abfangen und nicht erst die zweite oder Linie dann kämpfen muss um die Bälle, dann sind sie auf einem guten Weg, ja. Was traust du ihnen zu? Ja, viel. Ich weiß nicht, ob sie durchhalten, oder so viel. Naja, es sind jetzt doch durch die neue Regelung wieder so viele Spiele fast wie vorher. Aber ich traue ihnen zu, dass sie im vorderen, in der vorderen Hälfte sind, weil so viel sind sie jetzt nicht mehr als früher. Die vordere Hälfte ist eigentlich schon Meisterplayoff, ne? Kann man sagen, dass sie in diesem Meisterplayoff dabei sein könnten oder müssten eigentlich. Könnten oder müssten. Ich glaube auch, dass Leobendorf eine gute Rolle spielen wird und ich glaube, vielleicht sogar dieser Verein mit Dreiskirchen, auf die komme ich auch noch zu sprechen, irgendwie so ein Zünglein an der Waage sein können, die zwei Vereine, weil die können jemandem schon sehr wehtun, glaube ich. Ja, bei den Dreiskirchen hat man auch gesehen, wenn sie die Chancen nützen würden oder wenn sie Spiele haben werden, wo sie das erste Tor schießen oder die ersten zwei, weil die Möglichkeiten spielen sie heraus, dann können sie nicht nur überraschen, sondern sie können einen Gegner auch richtig fertig machen. Neusiedl ist eher in diesem unteren Drittel oder unteren Hälfte, sagen wir so, zu sehen. Glaubst du, dass sie eher weiter unten sind oder dass du sagst, ich glaube im Mittelfeld, sie haben Qualität, sie haben einen Steinacher, sie haben einen Kinsel. Wenn der Junge dort vorne noch ein bisschen routinierter wird, haben sie schon einiges an Qualität, auch Weber auf der Seite, auch ein routinierter Spieler mit Graus, einen hervorragenden Dormann, der eigentlich die Neusiedler am Leben gehalten hat in Leomdorf mit seinen Paraden. Ja, der hat sehr, sehr gut gespielt, ja. Nein, wir sagen schon, das war die erste Runde und wir haben eine Bestandsaufnahme vom ersten Spiel. Ich glaube, die Leomdorfer haben daheim gespielt, das war glaube ich auch ein Fußballfest, vorher war ein Vorspiel, Zuschauer waren da, da war ein Krippeln zu spüren, das war für die Neusiedler sicher schwerer, da erste Runde auswärts anzutreten, schauen wir wie heimstark sie werden, in Neusiedl schaut es immer ganz anders aus, als wenn sie auswärts spielen, ist es so eine Mannschaft, die wirklich zu Hause top ist und werfen wir nicht alles in eine Schale. Ich sage nur, die Tendenz von dem ersten Spiel war schon dahingehend, dass man sagt, die Leomdorfer auch mit dem Sieg sind halt vorne drinnen und die Neusiedler eher werden sich nach hinten orientieren, aber reden wir drüber nach vier, fünf Runden, wenn der erste Rhythmus durch ist, dann kann man schon sehen, wie eingespielt es wäre, wie gut funktioniert das Ganze und dann kann man schon eine bessere Tendenz setzen. Tustat, du warst noch bei Mauerwerk, dem gegen Trasburg gespielt, gewonnen, 3 zu 1 Sieg, dein Resümee über dieses Spiel, Mauerwerk bekanntlich eine Multikulti-Truppe von Weißrussen über Griechen, über Israeli, über Kroaten, also alles findet man da drinnen, Japaner haben auch noch mitgespielt, was sagst du zu der Partie, wenn sich die noch mehr findet, glaube ich, werden die auch ganz, ganz stark werden, oder? Ja, wobei ich schon da sage, am Samstag, so wie sie aufgetreten sind und so zweikampfstark und ballstark sie sind, haben sie das Spiel von der ersten bis zur letzten Minuten im Griff gehabt und verdient gewonnen, haben vielleicht auch nur das Nötigste gemacht, also es war noch nicht wirklich Feuer drinnen, ich glaube, da war kein Druck da, die können, glaube ich, noch schneller spielen, die können noch mehr, aber grundsätzlich sehen, von der Qualität sind sie wahnsinnig gut, ich habe sie auch zum ersten Mal gesehen und war sehr überrascht. Glaubst du jetzt, dass der Platz, Wienerberg spielen sie ja jetzt, ein bisschen für sie eben nicht so positiv wäre, wie der Platz in Schwächert, der doch größer ist, haben sie mehr Räume, können sie eher diese spielerische, auch ihre Schnelligkeit, Munker Schuhe zum Beispiel Nummer 11, haben wir auch schon besprochen, irrsinniger, temporeicher Spieler, gutes Dribbling, glaubst du, dass das in Schwächert zum Beispiel ein idealer Platz für sie wäre als der kleine, wo man halt alles vielleicht ein bisschen eng machen kann? Ja, andererseits ist er, glaube ich, ein bisschen sympathischer, ist nicht so weitläufig mit den Banden auf der Seite, fußballbezogen, glaube ich, wieder ein Vorteil, wenn der Ball rausgeht, dauert es nicht fünf Minuten, bis er wieder eingeworfen wird und diese Unterbrechungen sind nicht so groß, also Platzgröße ist halt vielleicht nicht so groß, aber bei der fußballischen Klasse, die ich gesehen habe, ist das gar nicht so wichtig und wenn man darauf trainiert, kann man sich darauf einstellen und wenn sie jetzt wirklich dort kontinuierlich arbeiten werden, dann wird es ein Vorteil sein. Außerdem waren auch Zuschauer, es war da mehr los, weil es in Schwächert das letztes Jahr war, wo eigentlich schon Geisterspiele waren, wo noch kein Corona war und war ein bisschen familiärer dort und ich glaube auch, dass sich da die Spieler wohl erfüllen. Du hast gesagt, gerade kontinuierlicher, hört man ja immer wieder irgendwie, es gibt immer wieder hin und wieder Probleme, dort gibt es Probleme, da gibt es viel Wäsche, du kennst es ja, du hast es am eigenen Leib verspürt. Wenn sie das in den Griff bekommen, glaubst du, ist es ein Titelkandidat? Wenn sie das in den Griff bekommen, ist die Qualität wahnsinnig hoch in der Mannschaft, aber ich war auch drei Monate dort, ich habe es nicht in den Griff bekommen und ich habe schon viel in den Griff bekommen, ich habe sogar den Wiener Sportklub in den Griff bekommen und das dort ist eine besondere Aufgabe, aber ich hoffe es, dass es funktioniert, weil ich glaube, dass dort viel investiert wird und dass auch der Präsident, so viele über ihn schimpfen, ein Ziel hat, was viele Vereine in dieser Liga nicht haben, weil der will wirklich Meister werden, der will aufsteigen und der will in die Bundesliga und das hört noch von sonst fast keinen in der Liga. Fast, genau, das stimmt. Nächstes Spiel, Bruck an der Leiter, Wiener Neustadt, ein Novum, Bruck an der Leiter erstens gewinnt zu Hause, zweitens, sie haben noch nie ein Auftaktspiel in der Regionalliga gewonnen, das haben sie auch geschafft und Mathus Bautner, Doppeltorschütze gegen seinen Ex-Klub. 3 zu 0, kann man sagen, ein Auftritt, der besser nicht geht, ein Einstieg, der komplett nach Maß ist, oder? Ja, absolut und so wie wir gesagt haben, es wird den einen oder anderen Klub geben, der vielleicht vorne sich etablieren kann oder mitmischt, ein Geheimfavorit oder jemand, der gut startet und ich glaube, die Brucker haben das jetzt gemacht, das ist die Mannschaft eigentlich des Beginns, haben gleich den ersten Sieg eingefahren, Mathus Bautner hat zwei Tore gemacht, Stürmer geholt, viel Druck gehabt, weil viel von ihm erwartet wird, der hat das gleich einmal geschafft, der wird jetzt locker aufspielen und ist immer gut zu starten, gut fürs Team und vielleicht sind das die dann, die da oben mitmischen, mit dem keiner gerechnet hat. Und dann hat es noch gegeben, das letzte Spiel, Wiener Viktoria, Admiras Juniors, 1 zu 2. Patrick Helme, das erste Spiel, erster Sieg als Juniors-Trainer, Alex Zirkovic, das um und auf gewesen in diesem Spiel, Chance um Chance herausgearbeitet, zwei Tore gemacht und somit auch die Admirer zum Sieg geschossen. Was sagst du da, Resümee, Toni Polster mit seiner Wiener Viktoria am Kunstrasenplatz entzaubert? Naja, entzaubert, ich glaube, die Juniors oder die jungen Mannschaften, die ja auch sehr viel am Kunstrasen trainieren, in der Akademie schon und das gewohnt sind, außerdem die sind schneller, die sind wahnsinnig leichtfüßig, die sich auf dem Platz sicher leichter tun, wie die anderen, elf Gegner, die noch kommen werden, also da hat der Wiener Viktoria, glaube ich, keinen Vorteil und da muss man auch sagen, das war auch ein verdienter Sieg, also dieser Zirkovic, herausragend eigentlich, hätte das eine oder andere Tor mehr schießen müssen oder aufspielen, muss man auch dazu sagen, war da manchmal eigensinnig, hätte da auch noch aufschauen können, aber im Großen und Ganzen hat er zwei Tore gemacht, hat das Spiel entschieden und kann man trotzdem mit der Leistung zufrieden sein und Dirk Miro Juniors, jetzt der letzte Amateurverein in der Liga. Wollte ich auch gerade ansprechen. Gut gestartet, schauen wir, wo sie sich in orientieren, also die letzten Jahre waren sie ja immer im unteren Drittel, schauen wir, wie die Mannschaften jetzt darauf reagieren, jetzt hat man nicht so viele Amateurspiele, wo man sich darauf einstellen kann oder wo man gleiche Taktik spielt bei drei, vier Mannschaften, sagt man nur die einen, ob es sich da leichter tun. Was ich noch sagen wollte, Patrick Helme ist sein Debüt gewesen in der Regionalliga Ost, also in der dritten Liga bei uns, gleich einen Sieg gefeiert. Der Unterschied zu Vorgängern mit Chabasanto, ich glaube er hat 95 Minuten lang laut, stark an der Outlinie diktiert, was zu machen ist. Brauchen die Jungs das? Einen, der dort steht und die ganze Zeit gehen wir Gasbuschen. Nicht nur jetzt Anweisungen gibt es, sondern auch Motivation gibt es natürlich. Ich glaube, wenn man motiviert ist das in Ordnung, wenn man der Typ ist, der gern motiviert, der sich auch da selber den Druck nehmen will, indem er es rausschreit oder ist das okay. Ich glaube, wenn man 90 Minuten Anweisungen gibt jungen Spielern oder auch ist im Fußball, also im Kinderfußball total verbönt mittlerweile, weil die Kinder sollen sich entwickeln oder die Jugendlichen sollen sich entwickeln, eigene Entscheidungen treffen und nicht nach Ansage spielen. Also solange ein Motivator ist, ist es in Ordnung. Wenn es zu viel wird an Anweisungen und wenn es auch Steuerung wird von außen, dann ist man vielleicht in dem Bereich fehl am Platz, weil die Jungen sollen sich entwickeln, sollen selber Entscheidungen treffen, wie ich schon gesagt habe und die brauchen das, um einen weiteren Schritt zu machen. Zu viel war es, glaube ich, einigen Zuschauern, die haben Patrick Hemmes ein paar Mal gesagt, er soll doch bitte endlich aufhören damit oder leiser sein, was ich so gehört habe. Diese Woche hat es auch zwei Spiele gegeben am Dienstag, wir kommen gleich zum ersten und das hat in Brug stattgefunden. Also zweites Heimspiel für die Brugger in dieser Saison und da ist die Sandner Elf mit Wiener Viktoria zusammengekracht. Also die Elf von Toni Polster hat die Niederlage, die Heimniederlage gegen Diatmira ausmerzen können, wie das Spiel ausgegangen ist. Schauen wir uns uns jetzt an. Toni Polster und seine Viktorianer sind zu Gast im Brugger Parkstadion und natürlich auf die ersten Punkte aus. Der erste Angriff, den haben aber die heimischen Ivic mit dem tollen Zuspiel auf Matusch Bautner, der schüttelt da ohne Probleme Justin Vardero ab. Dann kommt der Ball zu Nezina, der wieder auf Bautner. 1 zu 0, sechste Spielminute für die Brugger aber. Abseitsstellung, sagt der Schiedsrichter Trio. Wir schauen uns das nochmal an beim Abspiel von Nezina. War Matusch Bautner wahrscheinlich den Schritt vorne, der Treffer zählt also und nicht. Die Wiener mit Lazarewitsch und das ist Meier. Weitschuss. Stadler muss aber nicht eingreifen. Bruck druckvoll und auch besser. Sarah mit dem Schussamperger am Posten. Der ist auch schon warm geschossen. Die Brucker mit einem Offensivfeuerwerk in den ersten Minuten. Die Wiener dann mit Vardero. Gute Hereingabe. Diviljak klärt da zur Eckball. Der bringt nichts ein. Ivic wieder mal mit einem weiten Ball auf Kauz. Der setzt sich da gegen Mikulajcik durch und gegen Milutinovic. Gut gemacht. Schön gespielt. Von Sarah auf Bautner und den verwertet er. 1 zu 0 für Bruck. Matusch Bautner. Der Goal geht da. Macht's wieder. Die Sandner Elf geht also in Führung im Spiel gegen Wiener Viktoria. Schön herausgespielt. Dieses Tor natürlich. 24 Minuten gespielt. 1 zu 0 für Bruck. Und die hören nicht auf weiter zu spielen. Wieder so ein hoher weiter Ball. Und dann, was macht Günther Amberger und Stefan Rauchäcker da? Sie machen sich ein Eigentor. Nur sechs Minuten nach der Führung. Das 2 zu 0. Amberger versteht die Welt nicht. Rauchäcker versteht nicht, was sein Tor man will. 2 zu 0. Amberger schießt der Rauchäcker an. Ein Geschenk für die Brucker. Hätten sie gar nicht gebraucht. Sie waren toll drauf. Und haben schon etliche gute Chancen auf ein Tor vergeben. Die Sandner Elf nimmt es aber trotzdem. 2 zu 0. Also die Führung nach 30 Minuten. Und dann bricht Wiener Viktoria komplett weg. Bruck wieder über den ganz starken Kautz. Mit der Hereingabe. Und das ist wieder Nezina. Lässt den ersten aussteigen. Und dann wirft sich dann auch Rauchäcker in den Schuss. Tony Polster und seine Mannen auf der Bank. Die können schon gar nicht mehr hinschauen. Wieder Kautz. Der war bärenstark. Gleich gegen Bazi und Milotinovic. Der setzt sich da toll durch. Kann auch nicht gehalten werden. Immer noch Albert Kautz. Mit der Hereingabe. Und dann ist es wieder Nezina. Und Amperger. Toll gehalten. Tolle Parade. Von Günter Amperger. Der Mikolajczyk mit dem Ballverlust an Ivic. Matusz Baukner gegen Bazi. Immer noch Baukner. Gut gemacht. Matusz Baukner. Und wieder Amperger. Da wären aber noch zwei Brucker ganz frei gewesen. Dessen Applaus gibt es trotzdem von Mario Sandner. Der sieht einmal einen Angriff von Viktoria. Der nicht einmal so schlecht ist. Maia. Aber dann mit dem verzweifelten Abschluss. Stadler mit der Parade. Tony Polster und seine Mannen. Die müssen sich was einfallen lassen in der Kabine. 0 zu 2 steht es aus Sicht von Wiener Viktoria. Aber in der zweiten Halbzeit wird es nicht besser. Sarah. Unfassbarer Pass auf Kautz. Der macht es. 3 zu 0. Der Deckel ist drauf. 55. Spielminute. Albert Kautz der Torschütze. Nach einem Zuckerpass von Mario Sarah. Per Innenstange keine Chance für Amperger. Der schon gefühlte 100 Paraden hingelegt hat in den ersten 55 Minuten. Dann Sarah. Mit dem Ballverlust. Das ist Lazarevic. Und das ist Bockei. Der lässt einfach keinen Torschuss zu. Von Viktoria. Tony Polster ist die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Dann Goalie Stadler mit einem weiten Abschlag. Windisch verliert er das Kopfballduell. Und dann ist es Kondrelig mit der nächsten Chance. Und Amperger ist schon mehr als warm geschossen an diesem Sommertag. Dusan Lazarevic mit der besten Möglichkeit. Nach 83 Minuten für Wiener Viktoria auf einen Treffer. Aber Stadler kann den Ball aus dem Kreuzweg fischen. Der Corner bringt nichts ein. Die letzte Möglichkeit im Spiel haben die Brucker natürlich. Kautz an die Rate. Toller Wolle von Albert Kautz. Belohnt sich nicht mit einem nächsten Treffer. 3 zu 0 der Innenstand also für Bruck. Ja. Ein Déjà-vu, oder? 3 zu 0 wieder gewonnen. Zuhause. Unfassbar. Sie werden jetzt wahrscheinlich noch eine Heimstärke da aufreißen, die Brucker. 6 zu 0 Torverhältnis. Zwei Spiele, zwei Siege. Besser kann man, glaube ich, in Kassaison starten, oder? Ja, war überraschend. Aber wie gesagt, das erste Spiel ist schon immer ein Zeichen. Die haben das jetzt mitgenommen. Haben wieder 3 zu 0 erreicht. Ich glaube, die Viktoria hat sich aber sehr schwer getan. Ist auch jetzt von dem Kunstrasentraining wieder auf den Rasen gekommen. Sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. War immer zu spät dran. War eigentlich desolate Leistung. Keiner hat gewusst, warum. Aber es ist vielleicht schon da geschuldet, wo man sagt, man trainiert da monatelang nur am Kunstrasen. Hat nicht viel Spiele am Rasen und wird dann vielleicht da ein bisschen überlaufen. Für mich ist, mir ist das so vollkommen, als würde Wiener Viktoria komplett überfordert gewesen sein. Auch mit dem Tempo, das die Brucker an den Tag gelegt haben. Über Kautz, über Netz, nach vorne mit Baugner, diese Präsenz, die sie gehabt haben. Günther Amberger hat zu mir nach dem Spiel gesagt, das was ich in dem Spiel gehalten habe, halt normaler Tormann in der ganzen Masterschaft so viele Bälle wie er ja bekommen hat. Das sagt, glaube ich, schon alles aus, wenn der sein Tormann so eine Einschätzung hat. War unter Dauer Beschuss, glaube ich. Und das ist halt auch dann das Problem. Dann kann er 97 Bälle halten. Wenn drei reingehen, verlierst du halt. Also wenn du vorne keine Tore schießt und Chancen waren gar keine da. Also sie haben sich nicht durchsetzen können vorne. Sagen wir mal, es war ein rabenschwarzer Tag. So schlecht war das Auftreten gegen die Admirer nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sowas kann mal passieren. Meine erste Auswärtspartie, das erste Spiel auch verloren. Hat man mehr Druck. Schauen wir mal, ob sie sich erfangen. Ich schätze die Wiener Viktoria nicht so schlecht ein, wie sie da dieses letzte Spiel jetzt bestritten haben. Aber ich hoffe nicht, dass sie so beginnen wie in der letzten Saison. Weil da haben sie, glaube ich, in den ersten sechs Spielen keinen Sieg errungen. Und erst dann zu gewinnen angefangen. Aber dann war es sehr positiv und dann haben sie wirklich eine sensationelle Meisterschaft gespielt. Dann hat das Konzept gepasst. Und ich glaube, sie sind unter den ersten zehn gewesen bei Abbruch und haben viele Punkte dann geholt. Siebter Platz. Siebter Platz. War dann wirklich toll. Ich glaube, der Toni, wenn man ihn sagt, er wird siebter und muss die ersten sechs Spiele verlieren. Schauen wir mal, ob er das nochmal nimmt oder nicht. Dann wäre er nämlich in dem unteren Playoff der Toni Polster. Was Mario Sandner, der Trainer der Brucker zum Match sagt, das schauen wir uns jetzt an. Ja, die Heimschwäche zu einer Heimstärke ausgebaut. Zweites Spiel zu Hause. Zweiter Sieg. Zweites 3 zu 0. So kann man in der Saison starten, oder? Ja, super günstig natürlich. Wir haben gewusst natürlich, dass die Auslosung auch für uns spricht. Das wollten wir ausnutzen. Die Mannschaft ist gut drauf. Und ja, so kann es weitergehen. Hat man endlich dieses Rezept gefunden, dass man zu Hause auch gut spielt und gut auftritt und gewinnt? Ja, wir wollten vor den letzten Jahren auch gut spielen. Aber es ist uns dieses Mal gut gelungen. Wir haben die richtigen Typen geholt, glaube ich, die dazu passen. Wir haben sie weiterentwickelt und es scheint derzeit wirklich aufzugehen. Ja. Matthäus Paukner, Netzena und der Dritte im Bunde war Albert Kotz. Ein Offensivspektakel heute. Viktoria, glaube ich, dreht sich jetzt in der Kabine immer noch im Kreis. Also die sind richtig um die Ohren gelaufen, oder? Ja, war okay von den drei. Aber natürlich, die drei sind nur so gut, wie die anderen Achte sind. Ja, aber wir wissen schon, dass wir da enormes Potenzial haben in der Offensive. Wir probieren das natürlich auch zum Einsetzen. Aber nochmal, die drei können nur grenzen, wenn die Achte da hinten die Haken machen. Jetzt hat man wieder 3 zu 0 gewonnen. Drittes Tor von Matthäus Paukner. Für das hat man ihn geholt und der hat ja gefehlt, oder? So ein Typ wie er. Ja, ist super natürlich, dass er trifft. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und ja, ganz wichtig für uns natürlich. Hat uns in den letzten Zeiten vielleicht ein bisschen gefehlt. Ja, und jetzt scheint es so, als hätten wir ihn gefunden. Man hört so irgendwie so ein bisschen eine Demut raus, so dass man am Boden bleiben will, obwohl man zweimal 3 zu 0 gewonnen hat. Hängt die Tabelle jetzt in der Kabine dann drinnen, die ganze Woche? Nein, wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir wissen auch, dass das eine Momentaufnahme ist. Wir werden auch weiterhin demütig bleiben, dafür das sorge ich auf jeden Fall. Und ich freue mich wahnsinnig natürlich, dass wir jetzt als Tabellenführer am Sportclubplatz fahren. Das ist natürlich ein Leckerbissen und sicherlich ein Highlight von der ganzen Mannschaft. Kann man jetzt eigentlich sagen, Bruck hat sich zu einer sehr guten Mannschaft entwickelt. Und jetzt geht man zu einem Topspiel, oder? Im Wiener Sportclubplatz. Das geht schnell, eine top Mannschaft zu sein. Es geht aber auch sehr, sehr schnell wieder eine schlechte Mannschaft zu sein. Nein, wir wissen das einzuschätzen. Wir haben eine ideale Ausgangsposition gehabt, Auftaktprogramm. Aber wir wissen auch, es gibt andere Kaliber und die kommen jetzt da. Ja, die Brucker und Mario Sandner also auf dieser Welle. Jetzt ist einmal gestoppt. Das Cup-Spiel findet nicht statt. Dazu kommen wir später noch einmal. Es sind ein paar Corona-positive Tests rausgekommen bei der Testung für den ÖFB Cup. Darf man dann das so als Doping nennen? Ist das dann so Doping gewesen? Waren Sie in den ersten zwei Spielen? Ist das so, oder ist das kein Doping? Nein, es ist kein Doping. Matthäus Paukner ist übrigens negativ, das weiß ich. Na schon. Kann man nicht einmal sagen, dass der Torjäger von Ihnen getoppt war. Er hat nämlich wieder einmal getroffen. Und ja, ist wieder am Weg, so wie letztes Jahr. Zwölf Tore hat er gehabt beim Abbruch nach 18 Runden, jetzt drei nach zwei Runden. Wir dürfen gespannt sein. Am Freitag steht nämlich dann das Spiel beim Wiener Sportklub ins Haus. So es stattfinden kann. So Corona es will. Genau. Mehr noch zugleich haben wir gesagt, zu den Corona-Fällen vorher möchte ich noch was anderes mit dir durchgehen. Dreskirchen hat nämlich auch gespielt gegen den Abbruchmeister, gegen Machfeld, Mannsdorf und Trainer Karsten Janka. Ein Spiel, glaube ich, auf fast Augenhöhe. Man hat viel über Dreskirchen im Vorfeld geredet. Über die Mannsdorfer eigentlich eher nicht so. Weil man gesagt hat, sie haben lange keine Mannschaft gefunden. Dann haben sie auf einmal alle Spieler aktiviert und geholt. Glaubst du trotzdem, dass die Mannsdorfer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind, so in deiner Vorbereitung und so, dass man die ein bisschen so in Ruhe gelassen hat? Ja, ich glaube, das war ganz gut. Auch für diese Mannschaft. Weil die sind ziemlich neu zusammengestellt worden. Wir waren am ersten Platz bei Abbruch der Meisterschaft. Wir waren Titelkandidat, haben einen Top-Herbst auch gespielt. Wir haben sehr viel verändert. Und jeder hat dann geglaubt, da wird nichts rauskommen heuer. Weil so viele Abgänge, keine besonderen Zugänge, also sind halt nicht so Liga bekannt. Keine alten Hautegen dabei, sondern viele junge Spieler, zwar schon von höheren Ligen zum Teil, aber noch nicht fertig ausgebildet. Und trotzdem, ich habe lange mit Carsten Janker zusammengearbeitet. Ich glaube, sein Konzept zu kennen und das, was er da trainiert und tut, ist was Gutes. Und er wird wieder was Besonderes formen. So eine Schoffe hat auch der Mannschaft gegenüber viel Disziplin, ist da erforderlich, tut sie eines dazu bei. Und es hat einen guten Start gehabt. Wobei ich sage auch glücklich, weil es hätte auch anders ausgehen können. Also die Dresdkirchner mit einer wirklich guten Leistung. Aber schauen wir uns die Partie an. Wir haben die Zusammenfassung. Ja gerne. Schauen wir uns die Partie an. Dresdkirchen gegen Machfeld-Mannsdorf. Schauen wir mal, wie die Machfelder das so gespielt haben. Der FCM Profibux Dresdkirchen trifft auf den FC Machfeld-Mannsdorf. Und die Mannen von Carsten Janker haben gleich die erste Möglichkeit im Spiel. Samuel Oppong, der Neuzugang, probiert es da mit einem Wohle. Der Ball geht aber weit am Tor vorbei. Keine Gefahr für die Dresdkirchner. Dann Mula Halilovic auf Strapajewic. Gutes Zusammenspiel. Strapajewic kommt da wieder an den Ball und probiert es. Grischke im Tor von Dresdkirchner am Posten. Kann den Ball parieren. Keine Probleme für den Tormann. Bachmeier-Toller, das Trainertoro der Dresdkirchner sieht die nächste Möglichkeit für die Mannsdorfer. Mula Halilovic. Was der kleine Mann per Kopf hinter ihm hätte. René Krivak gewartet. Carsten Janker angespannt an der Outlinie. Immerhin das erste Saisonspiel der Mannsdorfer. Die erste Runde wurde ja abgesagt. Danowutni faul an Fischauer. Der spielt den Freistoß schnell ab. Und das ist Haas. Der umkurvt der Petermann. Aber auf der Linie wird der Ball gerettet von den Mannsdorfern. Glanzstart der Janker-Elf. Haas mit der ersten großen Möglichkeit für Dresdkirchner. Der Freistoß ebenfalls von Haas. Eine sichere Beute von Petermann. Dann wieder, immer wieder die Dresdkirchner über Standards. Haas. Und das ist dann wieder Fischauer. Der den Ball da von Mohr bekommen hat. Rückenlage beim Schuss. Geht dann der Ball doch deutlich übers Tor. Dann war Halbzeit. Keine Tore. In Dresdkirchen 0 zu 0 im Spitzenspiel. Der beiden Teams. Ostereskirchen und Mannsdorf. Dann weiter Ball in den Strafraum. Baldowski. Gut. Genommen. Direkte Abnahme. Keine Gefahr. Für Petermann. Der Ball geht weit rüber. Die nächste Möglichkeit also vergeben. Dann Fischauer. Der wird da nur halbherzig attackiert. Von der Abwehr. Der Mannsdorfer. Schwindelt sich da durch. Guter Schuss. Parade von Petermann. Und das wird schon gefährlicher jetzt. Die Dresdkirchner bleiben am Ball bei Rami. Trost. Versuchen es von hinten noch einmal. Mohr im Spielaufbau. Und dann der Weitschuss. Der nichts einbringt. Auch der geht am Tor vorbei. Fischauer mit der großen Chance. Er scheitert aber am Petermann. Und Karsten Janka. Der wird da schon ein bisschen unruhiger. Denn die Dresdkirchner, die kommen schon wieder. Wieder so ein weiter Ball in die Spitze. Baldowski. Der probiert es aus der Drehung. Da haben nur Zentimeter gefehlt. Bei der Chance von Mario Baldowski. Dem slowakischen Ligonier im Dienste der Dresdkirchner. Und Bachmeier zeigt es an. Burschen, wir wollen weiter offensiv spielen. Aber die nächste Möglichkeit haben die Mannsdorfer. Strapajewicz. Weiter Ball auf Obonk. Grischke kommt da raus. Aber Obonk, was macht er? Einen Schubfer aus der Distanz. Genau ins Kreuzeck. 1 zu 0 für die Gäste. Machfeld. Mannsdorf geht in Führung. In Dresdkirchen. Samuel Obonk mit dem Geniestreich. Herrlich gemacht. Dieser Schubfer da ins lange Kreuzeck. Die Anke Elf geht also in Führung. 59 Minuten sind hier gespielt. Tore, die man nicht macht, die bekommt man meistens. Ein altes Fußballersprichwort. Und das können die Dresdkirchner schon auswendig. Weil da ist schon wieder Hass. Die nächste Möglichkeit, die Petermann zunichte macht. Guter Pass von Trost war das. Patrick Haas. Da gibt es noch Applaus für den Pass von Trost. Die nächste Chance. Hier. Elfmeter. Der Freistoß. Strapajewicz. Foulter Fischhauer. Die Dresdkirchner wollen natürlich Elfmeter. Strapajewicz einmal gelb. Es gibt nur Freistoß. In der Wiederholung schauen wir uns das nochmal an. Eine ganz knappe Entscheidung. Elfmeter oder nicht. Der Schiedsrichter hat Freistoß gegeben. Der hat dann nichts eingebracht. Wir sehen da hier nochmal das Foul. Machen Sie sich selbst ein Urteil. Linie gehört zum Sechzehner. Wenn er draußen war, dann war es eben nur ein Freistoß. Dann wieder Fischhauer. Der bombenstark unterwegs war in dieser Partie. Bei Rami. Wieder Petermann. Endstation. Guter Schuss von Elis bei Rami. Fischhauer bekommen die Mannsdorfer da gar nicht in den Griff. Und die Zeit, die verrint Baldowski. Guter Einsatz auch. Hier bei Rami. Und dann kommt Radko Pulitsch angerauscht. Und faul Fischhauer. Das ist rot. Das ist schon fast eine Tätlichkeit. Vom Mannsdorfer. Der gut bedient mit Gelb. Schauen Sie sich dieses Foul an. Nur auf den Standfuß. Fischhauer. Karsten Janker entschuldigt sich schon fast bei den Dreskirchnern. Für dieses Rüder-Einstein von Radko Pulitsch. Der mit Geld noch gut bedient war. Moa. Die Dreskirchner. Die wollen den Ausgleich. Baldowski. Fischhauer. Der Ball ist immer noch heiß. Fischhauer. Aber dann doch gut und gern drei, vier Meter am Tor vorbei. Florian Fischhauer. Dreh- und Gangepunkt im Spiel. Der Dreskirchner. Was machen die Mannsdorfer? Mula Halilovic. Zu Pesl. 2 zu 0. Danke. Schaut her. So einfach geht das. Dreskirchen. Toller Angriff. Von Machfeld-Mannsdorf. Pesl. In seinem ersten Pflichtspiel. Mit dem ersten Treffer. Der Ex-Ebrechtsdorfer. Macht also das 2 zu 0. Dann Lederer mit dem Fehlpass. Opung. Holt sich da die Kugel. Und dann schlinzt er den Ball am langen Kreuzeck vorbei. Beim 1 zu 0 hat er es besser gemacht. Da hat er noch getroffen. Schlussoffensive der Dreskirchner. Vielleicht passiert da noch was. Elis Bayrami. Gut gemacht. Petermann mit der Parade. Es gibt keinen Eckball, sondern nur Abstoß. Elis Bayrami beschwert sich da. Es bringt aber nichts mehr. Die Dreskirchner, die unterliegen. Machfeld-Mannsdorf mit 0 zu 2. Die Dreskirchner sind wieder einmal an der Chancenauswertung gescheitert. Die Mahnsdorfer haben eine gute Chancenauswertung an den Tag gelegt. 2 zu 0 damit auch gewonnen. Da können sich die Dreskirchner eigentlich nur an der eigenen Nase wieder nehmen und sagen, Tore, die man nicht schießt, bekommt man. Und dann gewinnt man auch nicht, wenn man keine Tore schießt. Ja, 2 Euro fürs Frasenschwein. Entschuldigung, hab ich jetzt leider nicht da. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn du der bist, der spielbestimmend ist, der immer den Ball hat und der Gegner eigentlich nur darauf lauert, seine Situationen zu nützen, sich dann vielleicht mehr konzentriert hat, hat ein bisschen Vorteile in dem Sinn. Aber wie gesagt, sie sind dann gescheitert. Sie haben wirklich tolle Chancen gehabt, die man verwerten kann. Dann wäre es wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Verwerten muss. Zwei strittige Szenen, die vielleicht auch ein bisschen so waren, die das Spiel auch entschieden haben. Wollen wir uns kurz einmal herausnehmen. Das erste war eine Elfmetersituation. Andreas Dapajewitsch foult einen Dreskirchner auf der Strafunggrenze, außerhalb von Strafung, ganz knapp zu entscheiden. Der Schiedsrichter hat entschieden auf Freistoß. Würdest du da sagen, eher Elfmeter oder eher Freistoß? Ja, ich glaube, wir haben es auch drei-, viermal anschauen müssen. Um zu sehen, ist er knapp draußen, ist er auf der Linie. Drinnen war es, glaube ich, gar nicht. Aber geht halt schnell. Die gelbe Karte finde ich das richtig von der Entscheidung her, weil der Spieler wirklich den Ball spielen wollte und keine Foulabsicht dabei war. Aber Elfer oder Freistoß? Wenn man sich das nachher anschaut, war es wirklich auf der Linie. Dann ist er im Strafraum bis Elfmeter. Aber schwer zu entscheiden, glaube ich. Schwer zu entscheiden. Es ist schnell gegangen. Dann steht das Spiel auch fast einen Meter außerhalb, wo er mit seiner Bewegung fertig ist. Und dann schaut der Schiedsrichter dann hin und hat dann halt außerhalb gegeben. Ich glaube aber, sonst war es eine sehr gute Leistung vom Schiedsrichter. Eine Situation haben wir noch. Es ging schuld an den 90 ganzen Spielminuten. Also die Leistung war in Ordnung. Ich glaube nicht, dass man da viel kritisiert. Aber zwei Entscheidungen waren dabei. Und die zweite war? Gelbe Karte oder rote Karte? Foul von Radko Bulic an Florian Fischauer. Beide gestreckte Beine in einer hohen Intensität. Würde man eher wahrscheinlich eine rote Karte nehmen, oder? Als eine gelbe. Ich würde sagen, da hat die Farbe der Karte nicht gestimmt. Ja, kann man sagen. Kann man nicht sagen. Der Schiedsrichter hat sich dazu entschieden. Jetzt können wir lange darüber diskutieren. Ich bin eher der... Ich sehe das mit dir. Kann ich das nicht. Zumindest Flo Heidvogel ist das so gegangen. Wir haben ja immer diese Schiedsrichter-Situation. Und das hat er halt gegeben. Naja, ich sehe es dann über das ganze Spiel. Und nicht nur diese Entscheidung hat das Spiel entschieden. Also die Dreiskirchner haben so viele tolle Tor-Möglichkeiten gehabt. Hätten sie drei reingeschossen, würden wir darüber gar nicht sprechen. Oh ja. Und... Würden wir. Ja, aber dann wäre es vom Ergebnis her egal. Jetzt möchtest du sagen, es war entscheidend, dass die Machtfelder gewonnen haben. Nein, ich möchte gar nicht sagen, dass das... Nein, nein. Überhaupt nicht. Es ist nicht so tragisch in diesen Situationen. Also vor allem diese zwei Situationen. Der erste war wirklich schwer. Da wäre es ein Elfer gewesen, aber... Und das wäre der Ausgleich gewesen, vielleicht zum 1 zu 1. Natürlich. Also da kann man ein bisschen... Keine Frage, ja. Aber sind wir froh, dass es solche Situationen gibt, sonst hätten wir nichts zu tratschen und dann hätten wir nichts zu ärgern und dann hätten wir nicht den Fußball, den wir haben. So ist es. Norbert, wir kommen gleich wieder. Wir machen eine kurze Werbung und sind gleich wieder da mit dem zweiten Teil der dritten Liga bei uns auf Krone.tv. Wir sind wieder zurück hier in der dritten Liga bei uns auf Krone.tv. Norbert Schweitzer ist noch nicht gegangen. Ich habe ihn nicht so sehr kritisiert jetzt, dass er mit den Schiedsrichtern so liebevoll umgegangen ist. Wir haben die Spiele besprochen. Wir haben die erste Runde besprochen. Wir haben die Spiele der zweiten Runde besprochen. Einige Spiele stehen wieder am Wochenende vor der Tür. Keine Meisterschaftsspiele, sondern Spiele des ÖFB Cup. Ob die jetzt spielen oder nicht, werden wir gleich durchgehen. Es gibt ein paar Paarungen mit Ostligisten am Programm. Das erste ist aus der Lust einer Stripfing. Da habe ich hier grün. Das heißt, sie spielen. Bist du auch schon mit dem Ampelsystem integriert? Ja, ja. Ich bin Ampelsystem. Nur Gelb fällt bei mir halt aus. Aber das machen wir gleich die nächste Partie. Blaues Linz. Team Wiener Linien ist bei mir schwarz noch. Also von Computerschrift machen wir Gelb draus. Weil die Tests von Team Wiener Linien noch nicht da waren, wie wir quasi die Sendung aufgenommen haben. Weil wir auch Sonntag spielen. Genau. Aber was man ja auch weiß, Team Wiener Linien hatte ja Corona-Fälle. Drei. Drei. Deswegen wurde auch das Spiel in der ersten Runde abgesagt. Steier gegen Bruck an der Leiter ist bei mir rot. Bruck an der Leiter, wie wir schon gesagt haben, ist getobt. Nicht nur ins Spiel gegen Wiener Viktoria wahrscheinlich, sondern auch ins Spiel gegen Wiener Neustadt gegangen und jetzt eben nicht mehr ins Spiel gegen Vorwärts Steier. Also Bruck an der Leiter hat einige Corona-Fälle. Bruck an der Leiter daher ist dieses Spiel abgesagt. Genauso Wiener Sportklub gegen St. Jakob in Rosenthal ist auch abgesagt. Beim Wiener Sportklub gibt es einen positiven Spieler. Aber bei denen soll es glaube ich nicht so wirklich kloppen mit einem Spiel, oder? Erste Runde gegen Mannsdorf. Machfeld-Mannsdorf abgesagt, jetzt der Kapp abgesagt. Also die wollen irgendwie glaube ich nicht, oder? Nein, die haben ein bisschen Pech, glaube ich. Nein, ich glaube nicht, dass da was dafür können. Und die erste Runde waren, glaube ich, die Mannsdorfer im Corona-Fieber drinnen. Jetzt haben sie selber einen Spieler... Aber bitter, oder? Zehn Wochen hat man... Ja, ist furchtbar. Robert Weinscher hat gesagt, das ist schon die Vorbereitung jetzt. Und der bereitet immer die Jungs auch ein Spiel vor, was dann nicht stattfindet. Natürlich auch ärgerlich, aber ich komme noch... Ja, es ist auch schwer von der Motivation her, weil du arbeitest genau auf diesen Start oder auf diesen Punkt hin. Und jetzt verschiebt er sich zum zweiten Mal. Und was ich so gehört habe, ist auch noch nicht absehbar, ob sie auch nächste Woche oder übernächste Woche die nächsten zwei Spiele spielen. Zu dem Thema kommen wir gleich. Zu dem Thema kommen wir gleich. Du nimmst das schon wieder voraus, diese ganzen Sachen. Die nächsten Spiele, WRC Neusel am See, ist bei mir grün. Die Neusiedler sind alle negativ. FAC Drasburg ist bei mir auch grün. Die Drasburger sind auch alle negativ. Beim FAC habe ich jetzt nicht nachtelefoniert, aber ich glaube schon beim Bundesligisten ist das normal immer so, dass sie getestet werden. Vienna Mannsdorf, also Machfeld Mannsdorf, sind auch grün. Und Deutschkreuz gegen Wiener Neustadt ist bei mir auch grün. Obwohl, muss ich sagen, da hat eine so ein Pulting noch gefehlt bei Wiener Neustadt. Aber alle anderen, glaube ich, 20 sind schon negativ. Und da glauben sie auch, dass das so ist. Das hat noch gefehlt. Weil du gesagt hast, Wiener Sportklub, das wollte ich noch sagen zum Wiener Sportklub. Das Problem, und das haben wir jetzt schon öfters gesehen, wenn eine Mannschaft einen positiven Fall hat, muss sie in Quarantäne. In der Bundesliga, wir müssen das ein bisschen erklären, ist das anders. In der Bundesliga müssen nicht alle in die Quarantäne, sondern nur quasi dieserjenige Spieler, weil das sein Beruf ist, muss er quasi in Quarantäne und die anderen dürfen weiter trainieren und weiter spielen. Bei den Amateurvereinen ist es eben nicht so. Da muss dann die ganze Mannschaft in Quarantäne, wie im Fall des FC Machfeld-Mannstorff damals und jetzt auch der Wiener Sportklub zehn Tage Quarantäne. Ja, das ist verdammt hart und ich glaube, die Sportklub versuchen da jetzt einen Zwischentest reinzukriegen, damit das nicht sein muss, was auch schlau ist. In der Bundesliga ist schon noch ein Faktor anders, die sind in Gruppen eingeteilt und so wie jetzt auch bei dem BfB Cup. Diese Pooltests sind in Gruppen, wo drei, vier Spieler immer in einer Gruppe sind und dann kann man das leicht eingrenzen und die testen dann auch die anderen vier nach, wenn ein Fall ist und dann können alle wieder bei diesen anderen. Aber das haben sie jetzt ja auch gehabt, diese Pooltests haben ja diese Vereine jetzt auch gehabt, auch der Sportklub hatte die und obwohl quasi der eine aus dieser Gruppe dann auch positiv getestet wurde, haben alle, die auch einen negativen Bescheid müssen in die Quarantäne. Ja, aber was ich so weiß, sind ja auch in der Kabine so eingeteilt, die sitzen auch so zusammen, die trainieren auch zum Teil in Gruppen so, also da hat das schon mehr Sinn. Aber das, was ich nicht verstehe, ist, wenn du anrufst bei 1450, das ist ja diese Corona-Hotline, nicht jetzt anrufen, Norbert bitte, weil sonst haben wir die da stehen und wir werden auch gleich getestet, obwohl wir halt eh negativ sind. Aber die haben zum Beispiel gesagt, naja, der negativen Bescheid, der darf raus. Eine BH sagt wieder, das stimmt nicht, der muss in Quarantäne zehn Tage. Für den Sportklub natürlich doppelt bitte, wenn ich jetzt habe zwei Spiele, alle beide abgesagt, bereite mich immer von, jetzt muss ich zehn Tage in Quarantäne. Am Dienstag würde das Spiel gegen die Admira sein, am Freitag das Spiel gegen Brug an der Leiter. Es kann dann sein, dass beide nicht stattfinden und dass der Trainingsrückstand da ist, dass der Rhythmus weg ist. Aber es ist Corona und wir können sich gegen diese Bestimmung nicht wehren. Ich hoffe, dass sie alle auch wirklich sinnvoll sind und gut für die Menschen. Aber wir können jetzt auch diskutieren, ob das gut, schlecht, falsch oder richtig ist. Das wird uns nichts bringen. Die müssen in Quarantäne, die dürfen nicht raus und die dürfen nicht spielen und die Zuschauer können noch so viel raunzen, wenn es nicht stattfindet, kann man ja nichts machen. Das ist halt ein Paragrafen- und Behördenweg, der halt einkalkt werden muss. Aber ich finde es lustig, dass 1450 das so sagt mit, ja natürlich, sie haben einen negativen Bescheid, sie dürfen raus, sie dürfen alles machen. Und derjenige, der dann in der PH sitzt oder halt in der Bezirkszentrale da jetzt in Wien sagt, nein, das darf nicht, der muss zehn Tage in Quarantäne, obwohl er einen negativen Bescheid hat. Ja, die sagen halt, die sind zu 20. in der Kabine, die gehen zu 20. am Platz, die trainieren gemeinsam. Und es kann auch sein, dass sich am gleichen Tag sich wer ansteckt, der noch nicht, der beim Test noch negativ ist. Deswegen wollen sie einen zweiten Test machen. Und deswegen versuchen sie jetzt einen neuen Test zu machen, drei Tage später oder zwei Tage später, damit die anderen wieder aus dieser Quarantäne entlassen werden. Und da kann man es, glaube ich, dann schon abschätzen. Wir haben eine neue Rubrik bei uns in der dritten Liga. Wir kennen sie noch aus unseren aktiven Zeiten. Warst du wahrscheinlich öfters wie ich dabei. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass es mir ein Gedanke geblieben, dass ich dort dabei war. Da habe ich gegen Rapid gespielt damals. Drei Tore geschossen, zwei richtig, eins falsch. Also die Rubrik heißt Männer, über die man spricht. Ja Norbert, Männer, über die man spricht. Also ich war einmal ein Mann, über den man spricht. Ich habe drei Tore geschossen, gegen Rapid. Also eines für Rapid, zwei gegen Rapid. Damals war es sensationell, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch nicht mehr zusammengebracht. Du warst sicher öfters bei Männern, über die man spricht. Aber das ist eine Rubrik, glaube ich, die man gerne liest und wo man sich gerne auch sieht, oder? Nein, das war etwas Tolles früher und das war jeden Montag in der Krone. Und wo man noch aktiv war und man hat ein gutes Spiel gemacht, war es schon auch. Und da nehme ich mich nicht aus, dass man sich am Montag die Krone gekauft hat und schnell von hinten vorgeblättert hat, ist man drinnen oder nicht. Es waren immer nur vier Plätze. Es hat nur vier Plätze gegeben für zwei Ligen, weil da waren die Wiener Liga und die Regionalliga. Wir waren wieder einbezogen und wenn man dann da drinnen war, waren wir schon ziemlich stolz. Stolz waren wir, genau. Wir haben auch jetzt ein paar Spieler, die man vor den Vorhang nehmen müssen, sollen, tun, werden. Also die Männer, über die man spricht, natürlich jetzt nicht in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Wir haben das bunt gewürfelt. Alexander Zirkowitsch haben wir schon gesagt, Doppelpacker zum Auftakt gegen Wiener Viktoria. Ein super Talent, der Admirer hat ja auch schon jetzt reinschnuppern dürfen in die Kampfhandschaft und war schon dabei. Glaubst du, dass er eine gute Zukunft vor sich hat? Ja, wenn er weiter so macht und wenn er Gas gibt, es geht nur um die Einstellung, das andere bringt alles mit. Wenn er den Rhythmus schafft, weiter zu tun und wenn er sich nicht wehtut, dann ist natürlich alles drinnen. Das ist der Weg in die Bundesliga offen. Noch ein Spieler, über den man spricht. Matthäus Spaugner natürlich. Dreifacher Torschützer jetzt. Der Brucker. Hat dem Bruckern so ein Spielertyp gefällt, der quasi Tore schießt? Ja, jeder Mannschaft fehlt, wenn sie keinen haben, so ein Typ. Und er ist ein guter Neuner, er ist immer, früher haben wir gesagt, er ist ein Abstauber. Das macht er gut, er ist ein guter Strafraumspieler und wie gesagt, jetzt am Anfang ist ihm gleich gelungen. Jetzt schauen wir, was er zusammenbringt und er hat jetzt jedes Jahr, wo er in der Liga spielt, war ganz vorne dabei in der Torschützenliste und er ist schon seine Qualität und ein Garant für viele Tore. Auch in Horn natürlich war er, glaube ich, Torschützenkönig sogar. Ja. Der Dritte im Bunde, kein Stürmer, kein Offensivmann, Martin Krauss. Also der Krakenmann im Tor, der Neusiedler. Manchmal denke ich mir, der hat, glaube ich, sechs Arme, vier Beine oder sowas, der alles rauszuhalten. Das ist unpackbar, so mit dem Schuss von Miesenfeld, glaube ich. Erste Halbzeit mit einer Handabwehr, war unfassbar. Wahnsinnig schnelle Reaktion hat er und in dem Spiel hat er wieder ein paar wirklich tolle Schmankerungen drinnen gehabt. Er ist immer sehr actionreich, wenn er sich auf der Linie bewegt und war man eh begeistert auch beim Zuschauen und da gehört er rein diese Woche, ja. Männer, über die man spricht, Martin Krauss. Manmunker Schua vom FC Mauerwerk haben wir auch dazu genommen. Ein Mann mit unfassbarem Speed, mit Skills, mit Tricks, alles. Ich meine, er hat jetzt kein Tor geschossen. Er hat aber einen Elfer rausgeholt und hat quasi die Drasburger Regel recht schwindelig gespielt, glaube ich, da hinten. Erste Halbzeit nichts, aber zweite Halbzeit hat er dann aufgetreten. Man sagt auch so, er ist immer dann besser, wenn die Spieler müde werden, die Gegner. Dann fängt er an zum Spielen. Ja, ich glaube eher, dass wenn der Gegner dann ein bisschen aufmacht und im Rückstand ist und dann versucht, noch auszugleichen oder ein Tor zu machen oder wieder ranzukommen, dann sind mehr Räume da beim Gegner und dann kann er seine Schnelligkeit und dann kann er auch seine Dribblings. Ich habe dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, das ist ein fantastischer Spieler, der kann da durchbrechen, der hat eine besondere Qualität. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Abschluss. Er hat schon die Möglichkeit, drei oder vier Tore zu machen, hat es versemmelt. Aber dorthin zu kommen, da muss man sagen, toller Körper, auch sehr robust und wahnsinnig schnell und technisch hervorragend. Sein Klon kippt ja schon im Mauerwerk von ihm, das ist von Mous Mendy. Auch Anlagen, unfassbare, erste spanische Liga gespielt gegen Barcelona, aber halt nur, wenn es ihn freut, oder? Der ist ja auch so, körperlich stark, robust, technisch gut, irrsinnig schnell. Also eine Flügelzange, so Mendy, Kachor, wenn es beide freut? Na, wenn sie beide wollen, so wie du sagst, wenn es sie freut oder wenn sie fit sind oder wenn sie von der Mentalität bereit sind, Gas zu geben. Vielleicht die wirklich qualitativ hochwertigste in der Liga. Da kann sich der Martin Kraus wahrscheinlich im Tor der Neusiedler anhalten, wenn diese kommen. Da braucht er wieder seine Kragenhände. Aber sie sind beide nicht berühmt, dass sie viele Tore schießen. Nein, das stimmt. Das wollte ich auch noch sagen. Das letzte Mal, wo Mendy das perfekt bewiesen hat, dass er kein Torjäger war, war in Stripfing, wo er aus 15 Metern das leere Tor nicht getroffen hat. Und alle haben... 15 Zentimeter. 15 Zentimeter. Wir wollen ihm nicht so in die Pfanne hauen. Der Fünfte im Bunde dieser Rubrik Männer, über die man spricht, natürlich Miroslav Milosevic. Miroslav war quasi Taktgeber, war Dreh- und Angelpunkt im Spiel, der Leomdorfer, auch der Goldtorschütze. Ganz wichtiger Spieler, oder? Für die Leomdorfer. Ja, ich glaube, der routiniert das in der Liga mit seinem Know-how, auch seiner körperlichen Präsenz und so. Nicht nur bei den Torschancen, auch wie er mit kreiert und wie er die Bälle halten kann und wie wenig Fehler er macht im Spiel. Er ist schon der Dreh- und Angelpunkt gewesen in Leomdorfer und sollte da fit bleiben. Und so wie es ausschaut, er ist auch noch ehrgeizig genug in seinem Alter. Er ist eine wahnsinnige Bereicherung für die Liga und hätte auch noch weiter oben weiterspielen können. Das waren also die Männer, über die man so spricht oder auch wir sprechen. Die anderen waren natürlich auch nicht schlecht, aber die haben wir uns jetzt rausgepickt. Eines wollte ich auch noch sagen, Tor der Runde hätten wir normal immer, aber wir tun uns jetzt relativ schwer, genauso mit einem Team der Runde aufzustellen. Wenn immer zwei oder drei Spiele fehlen, wollen wir das nicht machen. Aber wir werden das nachholen, sobald alle Tore dieser Runde, zum Beispiel der ersten Runde oder auch alle Spiele der ersten Runde absolviert waren, wird es ein Tor der Runde und wird es ein Team der Runde geben. Also auch das werden wir natürlich nachholen. Wir haben uns das natürlich alles notiert, wer die guten Spieler waren, wer die schönen Tore geschossen hat. Schauen wir mal, wie lange das dauert, wann die erste Runde ist, wo alle Spiele stattfinden, weil vielleicht machen wir doch noch ein Tor der Woche. Ja, das haben wir mal. Oder ein Tor des Jahres nur oder so. Das ist dann vielleicht leichter. Norbert, ich sage danke mal, aber am Dienstag soll ja schon wieder eine Runde stattfinden, nämlich die restlichen Spiele der zweiten Runde. Aber eines ist schon wieder verschoben, Team Wiener Linien gegen Mauerwerk findet erst am 8. September statt, da ja das Team Wiener Linien Cup spielt am Wochenende bei Blau-Weiß-Linz. Die restlichen Partien, sofern sie stattfinden, hat mir das schon ist, gegen Wiener Sportclub Trasburg, gegen Leobendorf und Wiener Neustadt, gegen Neusiedl am See. Was machst du am Wochenende? Welches Spiel? ÖFB Cup oder alle zu Hause vor dem Fernseher? Ich glaube, den ÖFB Cup, mal alle zu Hause am Fernseher, wirklich auf die Plätze gehen, darf man eh nicht. Also sind wir eh mehr oder weniger gezwungen, dass wir es sich zu Hause anschauen, aber ich glaube, es sind viele gute Spiele dabei und vielleicht gibt es eine Überraschung, vielleicht schafft der Drittliga-Verein den Aufstieg in die nächste Runde und knackt wem. Ja, Neusiedl hat letztes Jahr die Admirer rausgehauen, jetzt bin ich beim WRC. Ja, der WRC aber auch gegen Viktoria, glaube ich mal, gescheitert. Hartberg. Hartberg war das, Entschuldigung, aber trotzdem, es ist immer was drinnen, was möglich, schauen wir, ob es eine Überraschung gibt. Würde uns freuen, wertet unsere Liga auf. Und ist auch für die Spieler immer besonders, gegen einen Bundesliga-Klub zu spielen. Bundesligisten und Europa-Cup-Starter, wie er zählend, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ich kann nur einmal Danke sagen und wir gratulieren einem Spieler noch ganz recht herzlich. Er war in unserer Liga-Torschützenkönig. Er Cancara gestern das Goldtor geschossen für Rapid und den Millionenreigen quasi für die Hütteltorfer aufgemacht. Also Gratulation nochmal Er Cancara, unser Torschützenkönig, kann auch in der Champions League treffen, in der dritten Liga. Das sieht man, so knapp ist das beisammen. Er war noch Torschützenkönig beim Mauerwerk gewesen, in Horn gut gespielt und jetzt spielt er Champions League bei Rapid. Ja, man soll es nicht unterschätzen. Der Weg ist immer offen nach oben und es ist nicht so, dass man, wenn man mit 21 es noch nicht geschafft hat, drauf zu kommen, dass man das mal aufgibt. Es ist halt dann schwieriger. Viele Spieler suchen sich dann einen Beruf, sind dann abgelenkt, nicht mehr so fokussiert, haben auch die Zeit nicht mehr so professionell zu trainieren, dass sie sich nach oben weiterentwickeln. Aber wenn man Mut hat, wenn man einen Willen hat, und so der Er Cancara zeigt das vor, dass man mit 23, 24 dann nicht zu irgendeinen, sondern zu einem Topklub in Österreich wechselt, halbes Jahr Gas gibt, trainiert, was man kann und dann den renommierten Escarabit Wien in die Champions League Quali schießt. Also Hut ab vor ihm und finde ich mich auch sehr sympathisch und freue mich wahnsinnig, dass er das schafft. Also Gratulation Ercan nochmal, wir zwei werden es jetzt nicht mehr in die Champions League schaffen, mit der Rabit schon gar nicht. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden und sage Danke fürs Einschalten bei uns bei der dritten Liga, hier bei uns auf GORNE TV und Norbert Schweitzer. Danke nochmal, dass du bei uns warst und wir freuen uns schon aufs nächste Live-Spiel. Danke und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal am Montag.